Was ist heute eigentlich los in der klassischen Musikbranche? Du hast die Möglichkeit, an tollen Universitäten zu studieren, mit tollen Menschen zusammenzuarbeiten, tollen Musikern kennenzulernen, hast eine top-technische Ausbildung, was du dann danach bekommst. Du bist der Star auf der Uni, aber im Endeffekt wartet keiner auf dich. Und du weißt auch nicht, was ist eigentlich dein Weg, wo ist deine Zukunft? Alles, was du über deine Individualität gelernt hast, über deine Persönlichkeit, da draußen spielt das überhaupt keine Rolle. Was vermitteln wir über Sänger, Sängerinnen, Musiker, Musikern? Du musst 90, 60 Maße haben. Wenn du das nicht hast, dann hast du eigentlich auch keine Chance. Dir wird gesagt, du bist zu dick, dir wird gesagt, du bist zu emotional. Was musst du denn überhaupt machen? Mein Name ist Irena, ich bin 30 Jahre alt, ich bin in Serbien geboren, in Ungarn aufgewachsen. Ich lebe seit 10 Jahren in Wien, ich habe in Wien mein Masterstudium in Gesang letztes Jahr abgeschlossen. Ich bin eine ausgebildete Opernsängerin. Was wird denn eigentlich von dir erwartet als junger Künstler? Es wird erwartet, dass du nicht raussteckst. Es wird erwartet, dass du deine Persönlichkeit in der Garderobe abgibst. Aber was will, wie? Das Publikum will wahre Emotionen erleben. Die wollen Katharsis erleben, die wollen weinen, die wollen lachen. Es geht gar nicht darum, dass ich auf der Bühne heule. Es geht darum, dass das Publikum, der dort sitzt, mit ihren eigenen Gefühlen ins Verbindung kommt. Ich bin in Serbien geboren, da war ich immer die Ungarin. Dann sind wir nach Ungarn gegangen, da war ich immer die Serbien. Dann bin ich nach Österreich gegangen, da war ich immer die Ausländerin. Ich war immer falsch. Aber heute weiß ich eigentlich, dass genau diese Erfahrungen mich ausmachen. Das ist mein Antrieb, mein Motor, der mich als Menschen und Künstler ausmacht. Und genau da liegt meine Zukunft. Das ist mein Antrieb, 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 mein Antrieb Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020